moin leute was geht ist wieder geist heute in diesem video möchte ich euch venga zombie glitches zeigen die noch nach dem update funktionieren und ich fange direkt mal an mit dem ersten glitch und zwar ist das in dem heizungsraum ihr müsst mit abstand rennen und hier gegen springen leute dann seid ihr hier oben auf diesem kleinen tisch und jetzt werden die ganzen zombies einfach stehen bleiben aber ihr müsst vorsichtig sein und die zombie schnell töten weil nach einer kurzen zeit während ihr euch mit fleisch bewerfen also sobald die zombies spawnen tötet sie einfach direkt kommen wir nun zum zweiten glitch und zwar befindet er sich auch im heizraum ihr müsst dafür hier an diese kante gehen leute und wenn ihr ein bisschen weiter hinter die kante geht also wenn ihr so ziemlich am rand steht dann werden sich die zombies auch vor euch versammeln also die werden auch stehen bleiben und falls sie nicht ganz drinnen seid greifen euch die zombies noch an aber wie gesagt leute passt auf das nicht runterfällt und steht so weit es geht hinten und wenn ihr die zombies nach einer kurzen zeit nicht hört werden wir euch bewerfen kommen wir nun zum besten glitch und zwar macht ihr das am besten bei der mittelmission oder bei der ernte mission hier bei den apartments und zwar könnt ihr hier euch einfach an eine tür stellen am besten hier bei dieser tür im oberen geschoss macht die tür auf stellt euch so vor die tür und die zombies werden alle vor euch laufen und stehen bleiben und so könnt ihr sie auf headshots gehen oder allgemein auf kills und tarnungen und der nächste glitsch ist auch hier bei den apartments ihr braucht die über mittelmission und die kugel muss im oberen stockwerk spawnen und ihr müsst sie dann an einem bestimmten ort eskortieren leute macht es so wie im video bringt die kugel hier zu dem treppenhaus und danach muss die kugel nach unten in die mitte also geht vorsichtig noch ein bisschen weiter nach vorne so dass die kugel dort in der mitte stehen bleibt und dann läuft zurück springt von hier oben runter geht hier links in die ecke und jetzt müsst ihr nur noch die restlichen zombies die von rechts kommen alle töten leute weil danach spawnen die zombies nur noch vor ich finde aktuell ist dies der beste glitsch bei vengard zombies auch wenn ich vengard zombies nicht so feier und ist moment nicht so häufig spiele finde ich trotzdem dass dieser spot hier der beste ist weil die sparen die zombies schnell und die kommen nur von einer seite und ihr könnt halt easy eure waffen level und außerdem leute der türglitsch wo ihr an der tür steht und die zombies vor euch still bleiben klappt so gut wie an jeder tür leute ansonsten war es das mit dem video falls euch das video gefallen hat und ihr mich supporten wollt könnt ihr das tun indem ihr ein like da lässt und fleißig in die kommentare schreibt um den algorithmus ein bisschen zu pushen damit dieses video und mein kanal ein bisschen mehr an reichweite gewinnt ansonsten viel spaß mit dem video und bis zum nächsten mal